So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild, vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier, kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Sonst sollst du wegen so einer scheiße Einknick oder anderes Fußball spielen, das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Und der helle Wahnsinn, wie du solche FME-Top-Fives, es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand, also schon allein, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem so lag die Punch am Ende, Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute, Gonzalo, es bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat aber auch zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zum Podcast diese Woche. Und da geht es ja, weil wir das ja jetzt um die zwei geteilt hatten, wegen der schönen Länderspielpause, auf die kein Mensch Bock hatte. Geht es heute um Hoffenheim und halt um die News, die davor so ein bisschen kommen. Mir fällt gerade auf, dass ich natürlich jetzt live wieder was hinzufügen kann. Man kennt es von mir. Nach unserem traumhaften Spiel von gestern. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier gerade Mittwoch. Halb eins. Das ist so der Standgrad quasi der aktuellen News bis halb eins herum heute. Am 18.11. Oder 12.11. oder so. Weiß ich mal nicht. Letztes Mal abgecheckt, was alles so gab. Dann packen wir das noch schön mit rein hier. So, sag, jetzt ist alles up to date. Weil wir natürlich das wunderschöne Spiel gegen Spanien gestern hatten als deutsche Nationalmannschaft. Und mal so richtig schon aufs Fressbrett bekommen haben. Aber gut. Was willst du auch machen? Wenn man halt mit B-Ware der Bundesliga rumrennt, gewinnt es halt auch nichts mit. Habt ihr auch schon anguckt, keine Ahnung. Willst du damit gewinnen? Ginter, Rechtsverteidiger und so Geschichten. Das ist halt einfach Müll. Das ist halt einfach Müll. Und vor allem gegen eine Mannschaft wie Spanien, die ja auch selber, keine Ahnung, seit 2014 oder so nichts Besonderes mehr ist. Also keine Ahnung. Aber es soll ja wohl um den VfB gehen. Aber so ein bisschen Länderspielpause. Kann man auch so ein schönes Debakel noch kurz mit reinnehmen. Hier, Kickerartikel. Misslehnt hat über die Davi. Die Klausel gibt es. Da gibt es wohl scheinbar auch irgendwie so Einsatzzeiten, Klausel, bla bla bla. Hier die Klausel in seinem Vertrag, wonach sich dieser bei einer gewissen Einsatzzahl verlängert gibt. Könnte jetzt auch ein Grund sein, warum er jetzt so ein bisschen aus der Mannschaft rausgeflogen ist oder so. Oder ist es rausgeflogen, weil der Startelf jetzt öfter Klimawitsch war. Rein neben der Leistung. Klimawitsch war ja vollkommen in Ordnung bisher. Also mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Einsätze er da bräuchte. Das sind so schöne Reschke-Verträge. Sowas gab es ja oder gibt es ja scheinbar auch bei Badstuber. Deswegen wurde ja die zweite Mannschaft irgendwie runtergeschoben. Ja. Schwierig. Schwieriges Thema. Dann. Also ich habe euch mal einen Story-Link reingepackt in die Kommentare. In die Kommentare, in die Beschreibung. Die Story an sich gibt es aber nicht mehr. auf dem Instagram-Kanal, aber Vertikalpass hat eine schöne Story gemacht gehabt, wo Rummenigge so ein bisschen Kritik geäußert hat an der Aktion, die ich hier im Podcast auch schon beschrieben hatte. Dass eben VfB einer der Klubs war, der jetzt nicht irgendwie zu dem, sagen wir mal, Geheimtreffen oder wie es jetzt immer genannt wurde, mit rein ist quasi hier. Das ist nicht das, was wir uns unter Zusammenarbeit vorstellen. Ich habe das so auch erklärt. Und ich sage mal, dass in der Vergangenheit aus manchen Saulus auch ein Paulus wurde und so ein Geschwätz. Da war der traumhafte Kommentar dazu. Wenn der Bundesliga-CEO mit Vorstrafe seinem Kollegen mit Bundesverdienstkreuz erklären möchte, was Solidarität ist, man muss es einfach lieben. Finde ich überragend. Dann, auch Länderspielpause. Guck mal, ich wüsste nicht mal, welches Spiel es jetzt genau war. Tschechien, glaube ich, hatte einfach an dem Abend niedrigere Einschaltquoten als Baris Ferraris. Auch jemand hier den Twitter-Post, den ich rausgesucht habe. Schönen Kommentar dazu mit der ultimative Demütigung des deutschen Fußballs. Hier auch noch mal Länderspielpause. Stuff, weil es einfach so unfassbar ist. Das Schock nach Mitternacht wieder spielte mit Covid-19-Infektionen. Die werden ja ständig getestet. Und auf einmal kommt in der Halbzeitpause der positive Test für den Typen. Und der wurde ausgewechselt. Da hat er trotzdem im ersten Jahr in der Halbzeit quasi mit Corona gespielt. Und mit halt 21 weiteren Leuten auf dem Platz. Also, ganz ehrlich, so ein dummer Scheiß. Hat der VfB hier irgendwie so eine Aktion gehabt. So ein virtuelles, virtuelle Autogrammkartengeschichten. Eine ganz coole Aktion. Da habe ich Vertikalpass auch ganz nett reingepackt. Weil man da irgendwie so ganz witziges Zeug irgendwie ankreuzen musste. Es ist formal und so alles in Ordnung. Weil es halt schon irgendwie einen Haken setzen dürfen. So hier datenschutzmäßig und sowas halt. In die Richtung von, ja, mir ist bekannt, dass in den USA kein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Und keine Garantien für den Schutz meiner Daten gegeben werden können und so Geschichten. Das ist ja alles in Ordnung. Und wir haben wahrscheinlich auch alle schon persönlich selber irgendwo kreuzig gesetzt. Ohne uns groß was durchzulesen. Aber klar, das so richtig in your face klingt schon ein bisschen komisch. Dann hier, weil es ja irgendwie auch bei Hoffenheim so ein bisschen das Zeug gab. Mit Tests, dass da irgendwie bisher... Immer wieder ein paar Tests gab. Wo Leute, wo Spieler von Hoffenheim irgendwie positiv getestet worden sind. Der Rest der Mannschaft war wieder nicht irgendwie. Es kam ja von gestern noch, dass der Adamian bei der armenischen Nationalmannschaft positiv getestet wurde. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Weiß nicht, ob das Spiel irgendwie auf der Kippel steht oder so. Wirkt fast so. Aber bisher kommt immer so raus, dass da irgendwie einer ist halt positiv. Der Rest aber alles negativ. Deswegen denke ich, wir haben da schon ein Spiel am Samstag zu sehen. Wird mich wundern. Es sind ja schon andere Spiele angepfiffen worden. Wie jetzt auch unser Ukraine-Spiel. Also unser im Sinne von Deutschlands Ukraine-Spiel. Wo da jetzt ukrainische Spiele danach positiv getestet wurden. Und das Spiel für die Ukraine nach dem Deutschlandspiel abgesackt wurde. Wegen zu viel Corona-Tests, äh, zu viel positiven Corona-Tests. Also ganz wilde Geschichte. Dann, eine coole Geschichte, weil einfach González gegen Paraguay getroffen hat. Hat da irgendwie auch laut Kicker irgendwie quasi so diesen linken Wingback gespielt. Und dann einfach gegen Peru nochmal genetzt hat. Was hat er da auch so aufgestellt? Ja, aber das ist so linker Wingback-mäßig einfach. Einfach in einer Mannschaft mit Lautaro, Martinez, Messi und Co. In der Startelf zweimal. Und das ist ja WM-Quali gewesen gegen Peru. Und das andere gegen Paraguay auch. Also sehr, sehr geil. Wurde auch sehr hoch gelobt von vielen argentinischen Fans auf Twitter und Co. Der treibt da irgendwie schon so ein bisschen seine Ablösesumme hoch, würde ich mal sagen. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, ey. Da haben wir wirklich schon echt einen guten Kicker bei uns scheinbar. Dann, EM-Gruppe ist endlich fix. Hat der letzte Klub noch gefehlt. Setzt jetzt zusammen aus Deutschland Portugal, Frankreich und Ungarn. Die haben sich noch durchgesetzt. Die Ungarn. Die Ungarn? Boah, das ist eine gute Frage. Wie heißt das eigentlich? Die Ungarn? Keine Ahnung. Und dann hier, keine Ahnung, ist nur so ein Bild, aber es hat auch wieder so ein typisches Bildding. Liga-Gipfel, ohne schon Gott, warum stellt Hitzes bei dem VfB ins Abseits aus? So eine dumme Kack-Formulierung. Das ist eine, stellen Sie sich ins Abseits, stellen Sie sich auf die richtige Seite der Medaille ausnahmsweise mal. Dann Sosa hat auch eine geile Aktion gerissen. Einfach eine rote Karte geholt. Im Quali-Spiel gegen Schottermilz an der U21 von Kroatien. War deswegen irgendwie wieder ein Ticken früher bei uns im Training. Da wird es irgendwie auch ein bisschen irgendwas mit Corona-Tests gehabt und so Geschichten. Aber, ähm, ja. War schon sehr lustig irgendwie. Keine Ahnung. Fängt sich eine richtig dumme rote Karte im Länderspiel. So, Pokalheim-Spiel. Ist terminiert. Man wird uns auch nicht viel bringen. Wir werden wahrscheinlich trotzdem nicht im Stadion dürfen, aber ist terminiert. Ähm, 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten, 18.30 Uhr, Heimspiel-Pokal gegen Freiburg. So, dann 13. November, also fünf Tage her, die News, dass erstmal Al-Ghadoui mit einer Schambeinreizung und Sissé mit Muskelnproblemen im Adduktorenbereich bis auf weiteres verletzungsbedingt ausfallen. Mal gucken, wie lange sich das zieht. Man kam jetzt sowieso beide nicht großartig zum Einsatz. Ich würde es mal Al-Ghadoui gönnen, wenn der ein Bundesliga-Tor schießen würde, würde ich dem so gönnen. Sissé hat mir auch ganz gut gefallen eigentlich, als er da, also, wahrscheinlich bin ich hauptsächlich, weil er einfach Tempo und Bock hatte auf Kicken, weil er gegen Freiburg da so reinkam. Also, jede Verletzung ist schade, aber zumindest ist jetzt keine aus der Startelf oder sowas. Äh, gut. Das ist jetzt quasi genau der gleiche Artikel. Den kann ich eigentlich direkt, direkt da rausschmeißen aus der Sammlung für euch, die ich ja immer in die Infobox packe. Das ist der kommen, der Twitter-Post gewesen vom Flo. Hm. Finde ich gerade nicht, aber schmeiße ich euch später aus der Beschreibung raus. Ähm, hier. Spieltage 13 bis 15 sind richtig terminiert worden. Ähm. 13er Spiel gegen Wolfsburg ist am 20.12. Sonntag um 18 Uhr. Leipzig ist Samstag 20.30 am 2.1. Weil du hast ja diese Saison einfach quasi gar keine Pause, ne? Und dann 15er Spieltag ist am 10.1. Sonntag 15.30 dann gegen Augsburg. So. Wir hatten ein Testspiel gegen Hoffenheim. Äh, gegen Hoffenheim. Gegen Heidenheim, auch mit Haar. Äh. Startelf war da Bredlo, Aydonis, Anton, Kempf, Ahamada, Clemen, Förster, Jedavi, Ekloff, Fama, Geduka und Massimo. Gewonnen haben wir das Ding mit 1-0 durch eine Kiste von Förster. Mal gucken, ob der sich jetzt gerade so ein bisschen mehr wieder in die erste Handschrift reinspielt. Ähm. Dazwischen noch quasi die Meldung. Auch richtig cool. Hatte ich ja aufgerufen quasi zum Voten. Hat was gebracht wohl. Ähm. Kranke Einfluss von mir bestimmt. Bin ich mir ganz sicher, Kappa. Aber, äh, Klimovic. Rookie des Monats geworden im Oktober. Sehr, sehr coole Nummer. Matarazzo zum Heidenheim-Spiel. Es war ein ordentlicher Test gegen einen guten Gegner, um in der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben. Und dem einen oder anderen Spiel, der zuletzt weniger gespielt hat oder verletzt war, Einsatzzeiten zu geben. Und dann noch zusätzlich können wir auch wieder einige Spiele aus dem NLZ durch die vergangenen Trainingstage und das heutige Spiel besser kennenlernen. Schönes Ding. Hier ein kleiner Clip. Also, könnt ihr euch gerne angucken. Äh. Äh, wo einfach einer im Landtag, äh, Landtag von Baden-Württemberg einfach denselben Vergleich gebracht hat hier. Oder wie wenn Karl-Heinz Rummenigge versucht hat, Thomas Hetzberg als Solidarität zu erklären. Auch eine sehr coole Nummer irgendwie. Ja, auch ein netter Kommentar. FC Playfair, wie gesagt, von unserem Präsidenten quasi das Ding, was er irgendwie mit aufgebaut hatte. Zitat vom Lienen, äh, vom Ewald Lienen. Ähm. Es ist natürlich schwer für Karl-Heinz zu akzeptieren. Also, ganz unbedingt, dass wir uns in einer Demokratie befinden, wenn ich bei Bayern München bin und mir kommt das Geld aus den Ohren raus. Lienen hat ja immer schon, immer schon Klartext gelabert. Also, ganz, ganz stabile Nummer. Dann hier Klimovic. Noch ein Artikel vom Kicker dazu. Der wurde ja, glaube ich, erst irgendwie von anderen Leuten in der Presse quasi irgendwie ein bisschen, äh, eigentlich niedergemacht, aber halt ein bisschen schlechter eingeschätzt. Hier steht Klimovic, Tempomacher zwischen den Ketten. Stuttgarts Jungs erzählt es den Gewinnern. Hat ja ein bisschen halt beschrieben, wie er so spielt, wie wichtig er für uns ist. Und, ne, da hat er auch quasi, der spielt gerade sehr häufig in der Startelf, macht seinen Job gut. Also, immer weiter so. Sehr gerne. Dann hier VfB-Transfers. Ähm. Alexandros Lollis. 18 Jahre alt. Linker Außen. Von PAS Giannina oder so. Hat wohl das Interesse von Zweimislintat geweckt. Gibt es irgendwie in den Posts auf, was ist das, ist das Griechisch oder so, keine Ahnung, was das für, für, für eine Sprache ist. Ähm, genau. Aber, ja. Klingt wieder sehr nach einem weiteren Talent halt. Bleiben, wir bleiben bei Talenten. Der nächste Schritt kommt näher. Spielt der Austrian Messi. Bald in der Bundesliga hat man ja damals auch einen, kein Austrian, sondern einen Australian Messi mit dem, mit dem Rochas hieß er, glaube ich, der nicht funktioniert. Aber hier dieser Yusuf Demir, äh, wohl hat vom Guardian den Begriff Austrian Messi bekommen, 17 Jahre alt, spielt bei Austria Wien. Da sind einige Top-Klubs dran, ne. Also, äh, was steht hier rum? Top-Vereiner aus ganz Europa, England, Spanien, in Deutschland Bayern, Dortmund, Leverkusen und wir. Ne, normalerweise sagst du, ja, du kommst dir eh nicht ran. Aber, ne, Mislint hat uns so, und was so ein bisschen auch, äh, Talente und sowas angeht, haben wir immer noch einen recht guten Ruf. Also, kloppt ganz aus dem Rennzimmer nicht. Markt wird scheinbar um die 4 Millionen. Ja, mal gucken, jetzt glaube ich, der ist ja jetzt 17, ne. Äh, das ist ja wieder einfach ein absolutes Top-Talent dann. Also, hat man, glaube ich, nicht dagegen, so ein Top-Talent in seinen Reihen zu haben. Aber es ist ja immer die Frage, ob es so einen dann entzündet, wenn er halt so jung und schon mit einem guten Millionenbetrag dann wechselt. Dann hier, Alter, so eine dumme Kacke. Hoffenheim-Post auf Instagram, hier von einem Twitter-Post, äh, Twitter-User hochgeladen. Sondertrikot im Derby mit dem Metropolregion-Rhein-Neckar-Logo auf der Brust, sage ich, TSG und Heimspiel gegen VfB, ihre Verbundenheit mit und die Verwurzung des Vereins in der Region. Ah, Bruder, Sondertrikot im Derby bei Hoffenheim gegen Stuttgart. Also, da brauchst du, glaube ich, kein Kommentar für. Gibt's auch nicht von mir. Also, boah, so traurig. So, dann, Mitgliederversammlung wurde verlegt auf den 18. März 2021 um 19 Uhr. Das dann irgendwie entweder online oder halt in der Schleierhalle. Genau, weil das war ja bisher noch nicht drin, war bisher noch nicht umsetzbar. Und dann geht's halt auch irgendwie um die Frage, ob dann quasi, ähm, Vogt im Amt bleibt und so Geschichten. Ja, mal gucken, was da so für Gegenkandidaten gibt und was da so für Abstimmungen gibt. Aber zumindest mal einen Termin. Und vielleicht, kann man weiß ja, vielleicht geht's ja dann auch schon am 18. März nächsten Jahres, dass man da irgendwie zusammen das irgendwie machen kann in der Schleierhalle wieder. Sonst halt, glaube ich, kann man weiß nicht, ob es da wirklich eine Option ist, aber sonst machst du es halt irgendwie online, keine Ahnung. Muss halt irgendwann mal gemacht werden, ne? So, so eine Formalität. Hier, genau, nach seiner Rückkehr. Zosa hat zwei negative Tests vorliegen. Der VfB will nichts riskieren, da hat er drin die Zusatzzeit individuell. Nach Ablauf der Inkubationszeit wird nochmal getestet. Bei einem dritten negativen Test wird er wieder zur Mannschaft stoßen. Das war der Stand von gestern. Dann hier, von der englischen VfB-Seite, das einfaches VfB-Stadion. Bin ich auch voll dabei. Nicht das Stadion, aber der, wenn man es hier übersetzt, der ist der beste Rasen in der zweiten Bundesliga-Saison, wurde in der Mercedes-Benz Arena gefunden. Ich dachte eigentlich kurz, dass es um die beste Arena geht. Da bin ich auch dabei. Aber es geht tatsächlich um den besten Rasen. Die besten Rasenqualität oder whatever. War auch irgendwie auch, keine Ahnung, eine nette Auszeichnung. So ein richtig nice to have irgendwie. So. Hoffenheim. Let's go. An einem Spieltag, der generell relativ uninteressant ist, wenn man die Spiele so anguckt. Ist nichts krass Interessantes dabei. Tabelle ist, wie gesagt, aktuell 8er. Hoffenheim 13er. Sind wir da vielleicht sogar Favorit? Ne, ich denke nicht. Die Hoffenheimer zocken ja Euroleague. Kader sieht auch nicht ganz so verkehrt aus. Ist ja wirklich so ein absoluter, keine Ahnung, Hoch- und Runterklub. Es siegen die Bayern und so. Dann floppen es ja da irgendwo wieder rein. Hoffenheim weiß nie großartig, was du von denen bekommst. Aber Kader von denen ist schon besser als unsere eigentlich. Auch vom Marktwert und so weiter. Weil wirklich so Ausnahmespieler, oder Ausnahmespieler als richtige zündende Matchwinnerspieler, wie ein Kramaric und sowas im Team. Also, ja, wird auf jeden Fall nicht einfach. Formulieren wir es mal so in Hoffenheim. Statistisch sagt, auswärts in Hoffenheim würde ich gerne alle Spiele sehen. Auswärts, bitte. Also 4-0 verloren, 1-0 verloren, 2-2, 2-1 verloren, 4-1 verloren, 1-0 gewonnen. Das war 2013. Dann auch zweimal gewonnen davor, 2-12, 2-11, 1-1, 0-0. Da sind wir schon im Pokal gewonnen mal, 2005 und dann war es das auch schon bis jetzt nicht unbedingt traditionsreichste Verein mit vielen Spielen gegen uns. Aber ja, die letzte Zeit, wie gesagt, bis zu 2013, letzten Sessons lief das nicht allzu geil. Lief nicht allzu geil. Aber irgendwie, ich habe es irgendwie im Gefühl, dass wir dieses Spiel nicht verlieren werden. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass wir dieses Spiel zumindest nicht verlieren werden. Ich bin da recht zuversichtlich, weil wir auswärts auch eigentlich ganz in Ordnung unterwegs sind bisher. Deswegen bin ich da wirklich irgendwie recht zuversichtlich, dass wir das Ding nicht verlieren, zumindest gegen Hoffenheim. Vielleicht ist da sogar auch ein Auswärtssieg drin. Wer weiß. Ich muss nochmal genauer gucken hier. Hoffenheim in den letzten Spielen. Nehme ich euch auch nochmal mit rein in meine Sammlung an Links natürlich. Auch logisch. Wurde alles ein bisschen parallel gemacht. So. War Niederlage gegen Hoffenheim. Niederlage in Wolfsburg. Auch ein geiles Spiel Wolfsburg-Hoffenheim. Dann Euroleague-Sieg. Dann gegen Union zu Hause 3-1 verloren. Euroleague-Sieg. Unschied gegen Bremen. Euroleague-Sieg. Davor zwei Spiele gegen Hoffenheim und Dortmund verloren. Davor gegen Bayern gewonnen. Davor gegen Köln gewonnen. In letzter Phase, vor allem in der Bundesliga, haben wir nicht viel geholt. Verloren gegen Wolfsburg. Verloren gegen Union. Unschied gegen Bremen. Verloren gegen Dortmund. Verloren gegen Frankfurt. Deswegen sind sie ein bisschen runtergerutscht. Alle waren ein bisschen im Hype nach dem 4-1-Sieg gegen Bayern. Aber seitdem haben die Bundesliga kein Spiel mehr geholt. 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. 5 Spiele. Ein Unschied. 4 Niederlagen. In den letzten 5 Bundesliga-Spielen. Euroleague-Alles gewonnen. Gut, aber gut. Was ist denn das hier? Bruderstern-Belgrad. Gent. Und was ist das für ein Klub, Bruder? Slovan Liberec. Alles klar. Also, na. Aber in den Bundesliga läuft es bisher nicht so gut. Die bräuchten da... Wird ihnen schon gut tun, um wieder einen Sieg zu holen. Bei uns ist das ja... Rein was Siege angeht, ähnlich. Wenn man da mal guckt. Letzten Spiele. War der Testspiel-Sieg gegen Haydn. Aber da zählt er nicht. Unschieden Frankfurt. Unschieden Schalke. Unschieden Köln. Erfuhr gegen Berlin gewonnen. natürlich auch, die Saison ist ja noch nicht verloren noch nicht verloren diese Saison, es ist schon richtig geil noch nicht verloren diese Saison seit dem ersten Spiel gegen Freiburg wie gesagt, da bleibe ich dabei, das hast du total unverdient verloren aber letzten drei Spiele Unentschieden, Frankfurt, Schalke, Köln ist da wieder ein Sieg drin also wie gesagt, ich wäre auch da wieder mit dem Unentschieden zufrieden irgendwo aber wenn du auch dran denkst, dass du dann gegen die Bayern nächste Woche vermutlich verlieren wirst sagen wir es mal so sagen wir es mal so vorsichtig, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da verlieren werden zu Hause dann wäre es schon mal wieder ganz nett, irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben wir schauen mal auf den übernächsten nach Bayern da kommt Auswärts Bremen, gut, da musst du dann halt fast da gewinnen da musst du fast schon da gewinnen dann wieder für Erfolgserlebnisse, also bin mal sehr sehr gespannt wie das so läuft wird einfach mal wieder auf den Unentschieden tippen gegen Hoffenheim wie ich es jetzt auch schon so oft gemacht habe, wie ich es jetzt auch auf Unentschieden tippen da wäre ich auch eigentlich recht zufrieden damit weil Hoffenheim an und für sich schon Fußball spielen kann aber wenn die ja wirklich so Leistungen erwischen, wie ich zu Hause gegen Union oder so spiele dann ist da gut auch mal ein Sieg drin also ich sage mal Unentschieden mit Luft nach oben machen wir die Machen wir die Machen wir die ihr wisst ja wie das läuft lasst Kommentare da lasst Feedback da alles in der Videobeschreibung Wochenplan wisst ihr auch ist in den Bannern drin und so weiter und wisst ihr mittlerweile auch und dann bis zum nächsten Mal und dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.